Schlagt ihr den Kopf ab! Nuti, gehen da! Runter mit der Rübe! Fett damit! Arschla! Tötet sie! Die Kaste tötet sie! Schlagt ihr den Kopf ab! Los, tötet sie jetzt gleich! Tötet sie! Was geschieht los mit mir? Ich bin Zeuge, ich bin Richter, sprach er schlau und schnitt Gesichter. Das Verhör leite ich und verdamme dich zum Tod! Keine Gnade! Nein! Willi, bist du hier irgendwo? Ja! Was habt ihr getan? Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt sie vernichtet! Na ja, wenigstens durfte sie uns vorher noch kennenlernen. Ich hätte euch nicht unterschätzen dürfen. Ich wusste doch, dass ihr noch lebt. Dummerweise ist dein Leben zu kurz, um es überall rum zu erzählen. Ah! 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 Wow! Gern geschehen! Das glaub ich einfach nicht. Vor mir stehen wirklich die mächtigen drei. Als du weg warst, hab ich ein wenig recherchiert. Alle nehmen an, ihr werdet bei einem schrecklichen Unfall getötet worden. Und welche bist du dann nun? Also, ich bin Paige. Was sollen wir jetzt tun? Sie umbringen? Piper! Was? Hast du eine bessere Idee? Ich verrate keinem was, wenn du das meinst, versprochen. Wo ist der Haken? Tja, weiht mich in alles ein. Lehrt mich alles, was ihr über die Hexenkunst wisst. Einfach alles. Vergiss es. Wartet eine Sekunde. Was bietest du uns dafür? Ich kann euch helfen, die Dämonen zu bekämpfen. Dann müsst ihr das nicht immer selbst tun. Darum habt ihr doch euren Tod vorgetäuscht, nicht wahr? Du hast recht. Sie ist klüger, als gut für sie ist. Na schön. Ich hab aber eine Bedingung. Diese Latex-Klamotten verschwinden. Entschuldige.